Für diese Technik wird jeweils nur in das vordere Maschenglied eingestochen, das hintere Maschenglied wird ausgelassen. Arbeiten Sie eine Wendeluftmasche und drehen Sie das Häkelstück zu sich, sodass Sie von oben auf die Maschen blicken. Dann stechen Sie nur in das vordere Maschenglied der ersten Masche der Vorreihe ein. Häkeln Sie die feste Masche wie gewohnt fertig und arbeiten Sie dann in jede weitere Masche der Vorreihe eine feste Masche. Stechen Sie aber immer nur in das vordere Maschenglied ein. Ich nehme nun zu Verwerbungエaligen, das anfingiert und das Finden. Ich nehme eine feste Masche an, dass die Finden sich nicht an der Vorreihe zu treffen. Dann ruhe ich mich in die Zeit mit der Vorreihe und das andere Bevorherrung. Dann ruhe ich noch nicht, da gebe ich euch noch einmal in die Vorreihe. Masche im Nachupport von den Vorreihe und aufhören Sie dann etwas morgens Name. Untertitelung des ZDF, 2020 So entsteht auf der rechten Seite eine Reihe leicht erhöhter Querfäden, während die linke Seite eine dichte Struktur aufweist.